Fußball-Wetten 17.10.2019 Gewinn, 12.195 Euro Autor de Selzamek kennt sie YouTube, neue Besen kehren gut, könnte man hier sagen, das neue System nur noch verlieren, von mir entwickelt und bereits im Internet veröffentlicht, funktioniert seit 3 Tagen bestens. Die Praxis der Zukunft wird zeigen, ob es nur eine Eintagsfliege ist oder auch in Zukunft hält. Ich sage hier auch nochmals, wenn sie das System anwenden, ein System, ist das eigentlich gar nicht, sondern die Technik des 3 Jahrtausend in der Quantenberechnungsmechanik, müssen sie sich zumindest in der Berechnung der Quantenmechanik etwas auskennen und dann kommen solche netten Gewinne wie hier. Donnerstag 17.10.2019 Deptolema Depkali 1 und 0 1 zu 1 3 Euro 10 3 Euro 10 Xalminero 1 und 0 2 zu 2 3 Euro 9 Euro 30 Gremio Barriere 1 und 0 2 0 zu 1 6 Euro 75 62 Euro 78 Fortale Zaflamengo 1 und 2 1 zu 1 1 Euro 55 97 Euro 30 Kolo Santiago Huachipato 1 und 0 2 zu 2 3 Euro 60 350 Euro 28 Goyas Korinthians 1 und 0 2 zu 2 2 Euro 90 1015 Koma 8 3 Euro Kruzairo Sa Paolo 1 und 2 1 zu 0 2 Euro 40 2437 Euro 98 Palmeiras Chapekonze 1 und 2 1 zu 0 1 Euro 15 2803 Euro 68 Evertfina Kuriso 1 und 0 2 zu 1 2 Euro 5 5747 Euro 54 Medellin Depkastro 1 und 0 3 zu 2 2 Euro 30 13.219 Euro 34 2 mal 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 2 gleich 1024 Einsätze Schrägstrich Minus 1024,00 Euro 12195 Euro 34